Finde in diesem Video heraus, welche Starthilfe Powerbank die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die Dino bietet nicht nur Starthilfe, sondern gleich vier weitere praktische Funktionen. Über einen Dauerspannungsausgang können Sie beispielsweise Autozubehör wie Kühlboxen oder Luftkompressoren betreiben. Zusätzlich ist die Powerbank mit einem 19-Volt-Anschluss zum Laden von Notebooks sowie einem 5-Volt-USB-Ladegerät ausgestattet. Eine integrierte LED-Lampe mit drei verschiedenen Modi sorgt für zusätzliche Flexibilität. Dieses Modell eignet sich perfekt für Dieselfahrzeuge bis zu 7,5 Litern Hubraum und Benziner bis 8 Litern. Mit einer vollen Ladung können Sie bis zu 20 Starthilfeversuche durchführen. Der integrierte Verpolungsschutz sorgt dafür, dass eine rote LED aufleuchtet, wenn die Kabel vertauscht sind, was Ihnen Sicherheit bei der Anwendung bietet. Darüber hinaus kann die Powerbank von Dino nicht nur Autos starten, sondern auch Smartphones, Tablets und Notebooks aufladen. Im Lieferumfang ist eine Vielzahl an Zubehör enthalten. Neben der Powerbank selbst gibt es eine praktische Tasche, ein Netzstecker, ein Autoladekabel, zwei Batterieklemmen und ein 12-Volt-Starthilfe-Kabel. Zusätzlich sind ein 3-in-1-Ladekabel, ein Adapterkabel, ein Hohlstecker-Adapter-Set und eine 12-Volt-Steckdose mit dabei. Die Enoco Boost XLGB 50 Starthilfe Powerbank liefert einen Spitzenstrom von 1500 Ampere bei einer Spannung von 12 Volt. Sie ist ideal für Benzinmotoren bis 7 Liter und Dieselmotoren bis 4,5 Liter Hubraum. Mit einem Gewicht von 1,15 Kilogramm ist sie leicht zu transportieren und ermöglicht bis zu 20 Starthilfe-Versuche pro Ladung. Die kompakten Abmessungen machen die Powerbank handlich und einfach zu verstauen. Die integrierte LED-Taschenlampe verfügt über 7 Lichtmodi, darunter ein Notfallstroboskop und ein SOS-Signal, um flexibel eingesetzt zu werden. Das robuste und gummierte Gehäuse bietet durch die Schutzart IP65 Wasserdichtigkeit und ist bestens vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Dank des Verpolungsschutzes wird das Gerät vor Fehlanschlüssen bewahrt. Neben der Starthilfe für Fahrzeuge mit 12-Volt-Batterien kann die Powerbank auch Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte aufladen. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für Autos, Boote, Wohnmobile, Motorräder, Traktoren, LKWs und sogar Rasenmäher. Im Lieferumfang enthalten sind das Starthilfe-Kabel mit Batterieklemmen, ein Überbrückungskabel sowie eine praktische Tasche aus Mikrofaser. Die CAREF Powerbank ist ideal für 12-Volt-Autobatterien und kann sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren bis zu 8 Litern problemlos starten. Dadurch eignet sie sich nicht nur für Autos und LKWs, sondern auch für Boote, Yachten, Schneemobile und Motorräder. Das Gerät arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von minus 20 bis 60 Grad Celsius. Die integrierte LED-Notfalllampe verfügt über drei Modi, die in Notsituationen hilfreich sein können. Zusätzlich ermöglicht die Powerbank das Betreiben von Gleichstromgeräten, wie etwa einem Autostaubsauger. Acht Schutzfunktionen, darunter Schutz vor Über- und Tiefenentladung sowie Verpolung, sorgen für Sicherheit im Betrieb. Eine Kurzschlussprüfung und ein Summer, der den korrekten Anschluss signalisiert, bieten zusätzliche Absicherung. Dank der Schutzart IP65 ist das Gerät zudem vor Wasser und Staub geschützt. Mit einem Gewicht von nur 1000 Gramm ist es leicht und mobil. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 18 Monaten. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.